Herzlich Willkommen zu CandyTrips. Wir sind heute im schönen Mitte und heute wird's kinky, denn wir gehen zum Schönheits-Tanz-Studio in Berlin und dort treffen wir die Vize-Weltmeisterin im Pole-Dance. Die Weltmeisterin bin natürlich ich. Pedo Miki möchte deine Kinder mitnehmen. Wir sind hier quasi umgeben von Touristen. Ich glaube, hier ist nicht ein Berliner, der hier gerade rumläuft. Wahrscheinlich arbeiten die hier nur, weil da ist das Adlon, wir sind hier unter den Linden, da ist das Brandenburger Tor mit der Quadriga obendrauf und das wollen natürlich alle Leute sehen, die nach Berlin kommen. Entweder Diss oder betrunken im Berghain nach Hause getragen werden. Juhu, Dampfer fahren! Vielleicht gehen wir nächstes Mal Dampfer fahren. Das ist auch schön. Better to be a lion for one day than to be a sheep your whole life. Es gibt hier in Berlin gratis Unterbrücken-Philosophie. Da musst du keine pseudo-buddhistischen Seminare besuchen. Doch, doch, wir finden den Weg diesmal. Aber hier sind überall Baustellen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Und in diesem Holz-Planken-Baustellen-Weiter-Leitungs-Ding kommt man sich ein bisschen vor wie ein Pirat. Arr, schrubbt die Planken! Baustelle! Naja, wir lernen das ja gleich. Ja, danke schön. Hallo! Hallo! Ja, ich habe vor dreieinhalb Jahren habe ich hier bei Lady Lou angefangen einen Kurs zu machen und konnte überhaupt nicht mehr aufhören. Für die Leute, die nicht wissen, was Burlesque ist, kannst du das mal kurz erklären? Ja, also Burlesque ist schon wirklich das Zelebrieren der weiblichen Erotik. Und dann warum nicht mit ausziehen, ne? Also dem weiblichen Körper dann Schicht für Schicht immer näher kommen so ein bisschen. Das finde ich auch so schön am Burlesque, dass es halt nicht nur total dünne, dem Schönheitsideal jetzt entsprechende Frauen gibt, ne? Es ist ja egal. Jede kann. Jetzt, äh, jetzt wird's ernst. Jetzt muss ich auch. Die typischen Sachen sind natürlich Federbohr, kann ich auch gleich hier demonstrieren. Alle Sachen, die glitzern und funkeln und also Pailletten und Strass und Swarovski-Kristalle. Wichtig sind Absätze, Absatzschuhe, das macht einfach die Beine teuer. Netzstrumpfhosen sind natürlich auch beliebt oder Strümpfe dann. Gut, dann würde ich sagen, wir starten mal was hier. Ja, das macht mich da. Ja, das macht mich da wieder vor Unterhütern. Für Unterhütern! Für Unterhütern, genau! Das sieht so aus. Also, das ist ein Appisch. Sehr schön! Also es geht darum, dass man, dass man, dass man, dass man, dass man, dass man, dass man Genießt, selber genießt. Und dieser Genuss, glaube ich, der springt dann über. Hauptsache, wir fühlen uns gut und wir haben auch dann wiederum Spaß, wenn man mit so einem Augenzwinkern merkt, naja. Ist ja auch immer, man lässt sich auch immer mit so ein bisschen Augenzwinkern, ein bisschen lustig. Das ist verletzt, auf jeden Fall, ja. Jetzt wird es quasi noch ernster, jetzt geht es nämlich unter in den Umkleideraum und jetzt werden Sportsachen angezogen und Sport gemacht. Hier geht es schon los, das macht mir ja jetzt schon Angst. Ich zeige kurz mal was. Was? Also. Ich habe hier vor dreieinhalb Jahren angefahren. Seit anderthalb Jahren bin ich Trainerin für die Fortgeschrittenen und für die Profis. Ja, es hat mich nicht mehr losgelassen. Und ich bin deutsche Vizemeisterin im Pole Games. Du warst richtig, ne? Du wolltest es wissen. Ja, also. Dazu muss ich sagen, dass ich auch Vorkenntnisse habe. Ich war früher deutsche Meisterin im Kunsthorm, mehrfache deutsche Meisterin. Und somit habe ich einen kleinen Vorurteil, aber das ist 30 Jahre her. Also ich habe auch wieder ganz von unten angefangen, meine ersten Stunden hier genommen. Hattest du am Anfang denn mit Vorurteilen zu kämpfen, als du gesagt hast, ich fange jetzt die Vorurteile an? Also ich, da muss ich sagen, ja, also viele auch in meinem Bekanntenkreis haben ein bisschen komisch geguckt. Und, aber als sie dann gesehen haben, als ich mal Videos gezeigt habe, was ich denn betreibe oder was ich hier mache. Und, ähm, die Auftritte gesehen haben, also waren sie schlichtweg begeistert. Das ist ja schon fast extrem Sport, also Leistungssport, ne? Also es ist hochleistungssport. Also ich habe mich jetzt vorbereitet und es ist wirklich harte Arbeit. Ich trainiere jeden Tag, gebe hier natürlich auch Unterricht und, ja, es ist körperlich eine Herausforderung. Mann, beeindruckend! Wenn da noch jemand sagt, das ist kein Sport bei aller Liebe, dann hat er keine Ahnung. Jetzt gehen wir richtig los. Also das Amneste, ähm, würde ich mal sagen, bist du an dieser Stelle. Okay. Wie lange geht's euch jetzt? Wir haben den fünften Geburtstag gefeiert, vor allem 100. Das Ganze hat sich entwickelt, wir waren die Ersten in Berlin. In Nordamerika ist ja Polen Studios, Bullesque Studios, ähm, schon seit den 90er Jahren, ähm, verbreitet. Mich hat es damals gewundert, äh, warum das noch nicht in Deutschland ist. Also die meisten Frauen, die zu uns kommen, die, ähm, kommen jetzt nicht mit dem Vordergedanken, ich möchte jetzt Sport machen, ähm, sondern die möchten eigentlich halt aus mehr. Es geht vielmehr darum, wie sie sich selbst fühlen und dass sie sich gut mit ihrem Körper fühlen und nicht, äh, irgendwelchen, äh, gesellschaftlichen Idealen entsprechen sollen. Ich denke auch, also gerade beim Burlesque ist das auch so ein Thema, ähm, eben dieses Ausziehen, was passiert, das ist nicht dafür da, dass, äh, dass Männer nackte Frauen sehen, sondern, äh, eben, wie gesagt, das ist auch ein anderer Ansatz. Und, ähm, ich muss sagen, die ersten drei, vier Reihen, äh, wenn man beide auftritt, das sind fast immer Frauen, ja. Ich glaube, das Schwierige im Endeffekt ist, dass es nicht schwierig aussieht. Das, das sieht dann so elegant aus und, äh, die fliegt da so rum, aber, äh, ihr habt ja gerade gesehen, was, was ich hier fabriziert hab. Aber ihr habt auch gesehen, ich stelle es jetzt nicht an. Das stimmt auch, das stimmt. Also, das, jetzt faktisch, also, äh, wir haben hier vielleicht, keine Ahnung, gerade drei, drei Minuten gehabt und ich bin da schon rumgeflogen, also es geht schnell. So, ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich beim Zugucken. Und die netten Damen vom Schönheitszahn sind so cool und verlosen zwei Schnupperstunden, eine für Pole Dance und eine für Balazs. Wie cool ist denn das? Aber, was ihr dafür machen müsst, sagt euch jetzt die Agatha, eine ganz kurze Frage zu beantworten und zwar, warum ihr gerne hier einen Kurs machen möchtet? Welche Motivation habt ihr denn? Wir freuen uns auf euch. Ne, da kann ich nicht viel zu sagen. Vergesst nicht, den Channel zu subscriben, meine anderen Videos könnt ihr hier und hier sehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, ihr vom Computer, holt euch doch auch mal ein schnelles Bier, drückt auf Pause und dann kommt ihr wieder her und dann feiert ihr mit mir meinen Geburtstag und die Buzzendwetter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.